Hi, Chinese has over 20.000 Characters in total. It's not the easiest language to learn. Until now. Auf Facebook lernen meine Fans ein Schriftzeichen am Tag. Jedes Schriftzeichen wird im historischen Kontext erklärt. Manche Begriffe gibt es als Substantiv, Verb und Adjektiv und sie bedeuten völlig unterschiedliche Dinge. Bei uns lernt man, wie sie in alltäglichen Sätzen verwendet werden. Gleichzeitig lehre ich die Aussprache der Wörter. Mit fünf Minuten am Tag lässt sich schon eine ganze Menge lernen. Ich habe ein paar sehr ehrgeizige User. Die sind dann auch gleich ein paar Tage auf meiner Website und schreiben mir dann, dass sie mehrere hundert Schriftzeichen in zwei Tagen gelernt haben. Aber natürlich muss man üben und man muss sein Wissen im Alltag anwenden. Sie haben mir e-mailt und sagten, dass sie mehrere hundert Characters in zwei Tagen lernen. Und natürlich muss man ein bisschen üben, um es zu erinnern. Und auch muss man das Wissen in das alltägliche Leben verwendet werden. Zur Vereinfachung der chinesischen Sprache hat Shao Lenzue die Schriftzeichen auf ihre Grundbausteine heruntergebrochen. Mit den Ursprungsformen lassen sich ganz einfach neue Schriftzeichen erstellen und sogar ganze Sätze formen. Man kann mein Buch natürlich einfach als schönen Bildband begreifen. Wer ernsthaft lernen will, liest das Buch von Anfang bis Ende. Jedes Schriftzeichen bezieht sich auf die vorangegangenen. Man baut sehr schnell ein Grundverständnis für die Sprache auf. Ist man mit den 150 Seiten durch, kann man auch komplizierte Sätze bilden. Wie zum Beispiel, mein Großvater kommt am 1. Mai aus dem Wald zurück. Oder meine Schwester heiratet in Japan. Nach Lektüre des Buches kann man solche Sätze bauen. Meine Schwester heiratet in Japan. Man kann wirklich sehr sinnvolle Sätze machen, indem ich mein Buch leise. Zusammen mit ihrem Team des Londoner Design Studios Brave New World und Illustrator Noma Bar gestaltet Shao Lenzue immer mehr Illustrationen. Bei 20.000 Zeichen haben sie auch noch einiges vor. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr Almau Dimension Sätze gemacht habetones sicher. toothp patience ist etwas JaОb. St дauener mir vor. Ich habe mich auf die Verstand Hallin, Vielen Dank.